10, 9, 8, 7, 7, 8, 4, 3, 2, 1 Für diese Musik ging es also los am 7. März, unser Jugendprogramm von 13 Uhr bis 24 Uhr Und wir wollen euch mal ein bisschen was vorstellen aus dem gesamten Programm Einige Höhepunkte oder einige musikalische Besonderheiten Denn das ist ein Prinzip unseres neuen Jugendradios Wir machen 60% Musik und 30% Frauen Wir machen 60% Musik und 30% Musik und 30% Musik und 30% Musik Herzlich Willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Ja, wenn sich das nicht ändert, dann kommen wir auf Radio DDR 2. Da kommt öfters Mittwoch Aufzeichnung von Konzerten von einem YouTube-Voror zu machen. DT64. Am 6. und 7. Februar ist die Uwe Shikora-Kombo im VEB 8. Mai Karl Marx statt. Die Troubadours aus der Volksrepublik Polen produzieren diese Tage bei uns im Funkhaus, da werden wir also bald einiges zu hören kriegen. Das Orchester Klaus Lenz mit den Gesangssolisten Ursula Brüning und Manfred Krug geht im März auf DDR-Tournee und kommt bestimmt auch in eure Nähe. Außerdem ist die neue Lenz-Formation am 13. und 14. Februar im Fürstenwalder Kreiskulturhaus und am 19. und 22. Februar im Interhotel Warno zu hören. Das Modern Soul Septet mit Klaus Nowotworski spielt im Februar und März jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 24. Uhr im ERW Treptow, am 14. Februar zum Jugendtanz im Kreiswalder Clubhaus der Jugend und am 27. Februar im Kreiskulturhaus Gentin. Im 33., Ausrufezeichen, Jazz-Konzert in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin ist am 8. Februar der bei Jatzern allgemein bekannte polnische Vibraphonist Jerzy Miljan zu Gast und, wie bereits vorhin mal angekündigt, Jazz 71 findet am 13. und 14. Februar im Clubhaus der Eisenbahner Berlin-Karlshorst statt. So, das ist alles. Ich kann also zum Schluss der Denkste. Die Schallplatte der Woche wartet auf ihre Vergabe. Tusch, haben wir keinen, machen wir es also kurz, aber herzlich. Die erste Gruppe und der erste Titel. Eilen übers Pflaster, sie hassten durch das Licht, starren auf die Uhren und vergetten ihre Träume. Kennen keinen Namen, sie sehen kein Gesicht. Wie an der Zeit vorbei, wie an der Zeit vorbei. Saß sie in den Straßen, doch fand nie ihr Gesicht. Nur schnelle Schatten treten der Tag an mir vorüber. Haben keinen Namen, sie hassten durch das Licht. Fliehen an der Zeit vorbei. Fliehen an der Zeit vorbei. Fliehen an der Zeit vorbei. Fliehen an der Zeit, вход in die Zeit vorbei. Fliehen an der Zeit vorbei. Fliehen an der Zeit vorbei. Gehen an der Zeit vorbei. Musik Saß sie in den Straßen, doch fand nie ihr Gesicht Nur schnell Schatten trieb der Tag an mir vorüber Haben keine Namen, sie hassten durch das Licht Die nahm der Zeit vor Ort Die nahm der Zeit vor Ort Schau, unser erster Spätzentitel Damit übrigens nicht irgendwelche Mathematiker zu grübeln beginnen Die vorhin angesprochenen 240.197 Radius, Kofferheulen, Klingelkästen, Wietbrausen etc. sind natürlich reine Erfindung von mir und stecken gewissermaßen Also, Mathe, Asse, Schluss mit der Grügelei und her mit Titel Nummer 2 Musik 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 DT64 Das Sprachrohr der Jugendlichen Sie müssen voraussetzen, dass dem Lied, welches Sie jetzt hören eine längere Ehe Auseinandersetzung vorausgegangen ist Musik 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 Kommen wir zum vierten und damit für heute letzten Titel der gewählten Spitzengruppe, die sich dann gegen die Flut unserer Neuvorstellungen behaupten muss. Musik 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 Kennen die DT64? Musik Ja, die Florenen kennen wir das. Musik Musik Wir zahlen so viel davon. Musik 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 Du hast auf meinem Stuhl gesessen, du hast von meinem Teller gegessen, du hast in meinem Bett gelegen. Wenn du nun gehen willst, dann geh nachts, denn ich möchte den Tag nicht hassen, dann nimm die Hintertür, ich werde sie meiden können. Und mit den Fetzen von deinem Bild werde ich mir eine Zigarette anzünden. DT64. DT64. Und meinen Teller werde ich zerschlagen und meinen Stuhl den stell ich vor die Tür und ich werde auf dem Fußbohlen schlafen. DT64. 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 Und meinen Teller werde ich zerschlagen Und meinen Stuhl den stelle ich vor die Tür Und ich werde auf dem Fußboden schlafen und ich werde 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 und ich und ich werde 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 ich und ich werde, und ich werde und ich werde, 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 doch, und ich werde, 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 und, und ich werde, und ich werde, und, und ich werde, 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 und ich werde,